So, da bin ich schon wieder, wie gesagt, kurz vor dem Top of Descent melde ich mich wieder, wir haben jetzt ungefähr 20 nautische Meilen noch bis zum Top of Descent. Ich habe in der Zwischenzeit so bis noch das... und zwar unseren Anflug. Der momentane Q&H in Stuttgart ist 10,31 bei einer Temperatur von 12 Grad. Der Wind kommt aus 10 Grad mit 6 Knoten. Wir haben eine Entscheidungshöhe von 161 Fuß. Wir landen mit vollen Klappen und haben 130 Knoten. Unsere Höhe, die wir gleich eindrehen werden, ist die 4000 Fuß, die wir bei Vater haben müssen. Und ja, wir werden jetzt die 4000 reindrehen. Und warten ein bisschen unser Flugzeug hier auf diesem Zeichen, wo der Top of Descent ist und dann wollen wir den Knopf reindrücken, damit unser Flugzeug weiß, was es zu tun hat. Ich habe ein bisschen beschleunigt. Bei einem Flugplan steht eine Ground Speed von 456, wenn ich das mit der Geschwindigkeit mache, die er mir vorgibt, komme ich nicht auf eine Geschwindigkeit von 456, wie ihr jetzt schon seht. Das heißt, ich würde mit der Zeit nicht hinkommen, aber heißt, ich kriege keine Punkte für einen pünktlichen Anflug. So, ähm, jetzt würde ich sagen, so, äh, noch nicht ganz auf dem Top of Descent. Aber jetzt... Initiating Descent. Radar 직risch. Okay, ich kannst mal drue und hier eine leftistand, dafür... Ich weiß ja nicht, nicht, aber ich baptized. Radarild. So, dann ist jetzt gerade der eine Film zu Ende gegangen, wir haben aber definitiv noch vielleicht 25 Minuten, so, 28 Minuten, ich hab ein bisschen Gas gegeben, also, brauchen wir keinen Film anzumachen Machen aber die Seatbelt-Signs an, wir müssen den Landanflug beginnen und holen uns das aktuelle Wetter nochmal von Stuttgart über FSVLWX und es hat sich nichts geändert, es ist alles gleichgegeben, die Gleichung nochmal ganz kurz 10,31, 12 Grad, Wind kommt aus 10 mit 6 Knoten Variabel, zwischen 360 bis 360 Ist doch alles gut gemacht Der ILS nicht gecaptured werden konnte von der 2-5-4-Wide und zwar hatte das aus irgendwelchen Gründen automatisch nicht eingetragen, der Autopilot Da habe ich mir jetzt die Frequenz aufgeschrieben und den Kurs, der Kurs ist 73 Grad, die Frequenz ist 110,90 für die 07, falls er ihn nicht anzeigt gleich, das werden wir dann sehen, werden wir einfach hier im Radio-NAS hier den, ich zoome noch ein bisschen rein Ach doch, er hat sich schon Da ist er, ja gut, 73 Grad und 109,90 Stimmt doch alles Ja, die steht 159, im Internet steht 110 90 Ich glaube, das ist dann wohl eher der richtige Kurs Weil der variiert ja doch schon mal, je nachdem nach welcher Szenario und vor allem, ob FSX das alles kennt So, ja dann gucken wir jetzt zu, wie der jetzt so langsam weiter sinkt Und äh, bereiten wir so weiter für die Landung vor Ja, da können wir so weiter auch mal die Fass-N-Simple-Science anmachen Ähm, wir sind, äh, ja, bei 12 Grad Über 10 Grad, das heißt wir brauchen kein NTIs anzumachen Und, ähm, Probe und Bieterid machen wir mal an Und, äh, ja, wir warten jetzt da drauf Das war soweit Nach vorne kommen Äh, ich denke, wir werden hier kaum nicht die komplette Transition abfliegen Was man denn gerade da sieht, da ist immer was ganz komisches drin Ne, da war nicht ganz schön Das war der Pfeil, der mich da ja auch ein bisschen verwirrt hat Ähm Wir werden die Transition ein bisschen vorher abkurzen Aber wann muss ich noch gucken, kann ich jetzt auch noch nicht sagen Ähm Ja, sonst, äh, der Wetterbericht für Stuttgart ist eigentlich soweit ganz gut Ähm, und so ein großes Hochgebiet über Deutschland haben Also wir werden jetzt das ganze Flug bis immer so um die 10, äh, 33 10,32 einreicht in CUNH Wetter stimmt Ja, ein bisschen Hochfluggebiet, aber ein kaltes Hochfluggebiet Ich hoffe, es wird jetzt endlich bald mal wieder ein bisschen wärmer Ja, dann hab ich mal noch was gesehen, äh, wo ich mal eure Hilfe brauche Frage Was ist das hier? Hat das auch was mit der Sitzeinstellung zu tun? Was heißt A, B, C, D, ne A, C, E, G, I, K Also doch A, B, C, D, E, F, G, H, I Und hier ist dann die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schappet vorher noch nicht, ihr seht mir eben jetzt beim Durchgucken des Cockpits mal so aufgefallen Vielleicht könnt ihr mir mal helfen Vielleicht habt ihr eine Idee Ähm, ja Weil ihr seht, wie lang diese Transition ist Die führt hier komplett hinten rum Und wir sind schon auf dem direkten Kurs Auf den Platz Der ist jetzt so noch knapp 15 Meilen von uns entfernt Also ihr müsst hier vorne unter den Wolken irgendwo sein Ähm Ist dann ein bisschen arschlang Da nochmal knapp 20 Meilen zu fliegen Ähm Ähm Wir tun einfach mal so, als ob der Lot zu uns sein Ähm Freigabe gekriegt hat Zum Abkürzen Ähm Ja, wie ihr seht, habe ich so ein bisschen mein Frame-Problem auch In den Griff gekriegt Nichts Zurzeit Also die Frame-Warte ist eigentlich so Brauchbar Ähm Klar, beim Aufgeben ist aber ein bisschen weniger Ähm Entweder liegt es daran, dass ich IV aus hab Jetzt Oder Ähm Ich hab ein paar Einstellungen verändert Ähm Ich weiß es nicht Ich werde es beim nächsten Online-Flug mal sehen Werde ich wahrscheinlich Am Wochenende mal noch machen Und äh Dann werde ich es sehen Vielleicht nehme ich euch dann auch wieder mit Äh Muss ich einfach mal gucken Wie ich Zeit und Muse habe Mal gucken aus dem Fenster gucken Ob wir den Platz sehen Äh Legt man auf die Karte Ähm, müsste jetzt hier so da unten Ah, der unten kommt da raus Da ist der Platz Ist auch eine Frühwärtszenerie von Äh Frühwärtszenerie.com Da gibt es also eigentlich die meisten Sind auch immer sehr gute Äh, Szenerien dabei Ähm Und wenn man ein bisschen spendet zwischendurch Macht das den Leuten auch Spaß Dieses Ziel weiter zu entdecken Oh, jetzt versuchen wir mal auf einmal Stark sinken Jetzt fliegen wir da weg auf den Platz drauf zu Da unten ist er Wir reilen wieder rechts ab Ich hatte auch eben mal dann das Flugzeug von außen angeguckt, das müsst ihr euch auch mal angucken, ich teile es euch mal. Also ein bisschen guckt, also die Textur ist super gemacht worden von denen. Dieses Flugzeug ist nämlich ein bisschen schmutzig, wie man sieht. Also das ist kein Texturfehler, ich habe zuerst gesagt, es wäre ein Texturfehler, aber wenn man so hier guckt an der Tür, da sind es viele schmutzige Stellen an den Tragflächen, sind schmutzige Stellen. Also ich muss da echt sagen, da haben die Jungs und Damen vielleicht von Aerosoft echt gute Arbeit gemacht, in den Fenstern sieht man auch, dieses übliche, wenn das Flugzeug in der Zeit steht und es regnet dann auch das schmutzige Wasser runter, ich finde es echt genial gemacht. So, ähm, Tauer von Stuttgart sieht uns jetzt nicht, glaube ich, nö. Und, äh, hoppala. Ah, noch ein bisschen die Wegstrecke verloren. Ähm. Ja. Oder fliegen wir die Transition doch komplett durch. Ja, doch, komm, fliegen wir die Transition komplett durch. Ich auch nie mehr so weit. Bei allen Dingen, wenn ich jetzt abkürzen würde, müsste man zu schnell sinken, und, äh, gibt dann auch immer ein bisschen Probleme. Oh, wackelt aber wieder ganz schön, ne? Aber ich liebe das beim Fliegen. Ich finde es immer schade, dass ich das selber nicht merke, jetzt, äh, wenn ich, ähm, 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 am PC fliege, z.B. so oft, selber fliege, dann ist das erheblich schöner. So, wir nähern uns den 10.000 Fuß. Das nehmen wir ein bisschen beim Bremsen. Das nehmen wir ein bisschen, um den 3.000, um den 3.000, um den 3.000, um den 3.000. Oh. Oh. 436, 30, um den Bruch, roger. Wunder, 10.000 Fuß. Okay. 10.000 Fuß. Lights on. Oh. Nummer 36, 30, descend und maintain, 4,000. Die Lights are right on. Die Siegpads sind on schon. Und, ähm... Lassen ihn jetzt schön auf, äh, One-Ray-Course ausrichten. Approach-Checklist. Checked. 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 Stand up. Flight Attendants, please prepare for landing. Checked. 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 von Ihnen schon hier vorne. Er ist mal jetzt sehr intelligent von mir. Ich wollte euch sagen, da hinten ist der Flugplatz. Der Platz da und zeige mit dem Finger drauf. Das seht ihr ja auch so gut, wenn ich mit meinem Finger drauf zeige. Naja, hat heute Gleisfluss auch gecaptured. Sehr gut. Dann geht es jetzt runter Richtung Landauflug. 10.39 Das ist halt der Vorteil, wenn man die Transition abfliegt. Man kriegt halt relativ früh schon den Glidesloaf, den Localizer. Das heißt, man kann sich echt so drauf konzentrieren, was das Flugzeug macht. Das Flugzeug kann sich super drauf ausrichten auf so einer One-Ray. und so Auto-Break haben wir schon auf Medium gesetzt. Dann tragen wir die Spoilers. und warten darauf, dass wir die Geschwindigkeit kriegen für die Flaps-One. Ein bisschen Müssbund auch runter. 2.500 und checkt. ein bisschen Butter-Shirt gleich, gsk한� gsknd fels gsknd Geared on, bisschen zu bremsen und ich hab auch ein bisschen geübt mit dem Landen Das heißt, ich werde gleich Maroel landen So Da ist 5000 1000 Ja Oh Oh 6000 Set Check Check, no blue 1000 100 100 500 100 400 100 100 100 100 100 100 100 50 40 30 20 Retard 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 100 100 100 Oh Ah, ich bin Noten Und Mineral Ranking Und Mineral Ranking Hätte jetzt die Echo nehmen können Aber wir nehmen die äh Die äh Bravo Die Delta Auf 50 Auf 50 Da sind wir ja erst Der Flugkapitän und die gesamte Co Danken Ihnen, dass heute unsere Gäste auf diesem Flugwagen Wir hoffen, sie hatten einen Aufenthalt an Bord Wünschen Ihnen noch einen Auf der Lange Check 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 Retractive Check Normal Check Retractive Ja, die Ladung war doch gut Ich weiß nicht was für eine Fehlermeldung er da rein Gepackt hat, aber So schlecht fand ich die jetzt nichts Okay Okay Entschlade Gepack Hm Is da mal dann Okay, Gepack 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 13 Hm das hier Yes, Requests Follow me Wie gesagt, Premiere in Stuttgart Ich weiß es noch nicht und wo es ist, also ich weiß es schon, ich hab ja die Karten aber ich bin so die Szenerie eigentlich soweit ganz gut und der zweite war Mike bis India und dann weiter auf November und dann auf India und dann auf Mike weil mich nicht alles täuscht naja, auf NET da gehts zum General in the Aviation Platz achso, da kommt unser Marshal da kommt unser Marshal ja, ich volle bin ja, ich volle bin und dann hier Piumi wo will der Follow-Me hin? gut hochgeschleucht so, ähm wo will der Follow-Me hin? Fahre du da lang, wenn du das U-Ding möchtest? Wieso nehmen Delta-Papa-Tree, oder? Ach, das auch. Und da hinten irgendwo ist unser Gate, wo wir hin müssen. Also ich finde den Flughafen echt auch wieder super gemacht hier, von demjenigen, der die gemacht hat. Also da großes Kompliment. Das ist die Rotel. Das ist er. Nö, wir müssen nur ein bisschen. Wir müssen wieder vorn um hier hin, das? Ja, und sie geht nicht. Sehr gut. Nach da hinten. Über die Wiese fährt er. Junge, 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 Junge. Ja, ich kann auch für ein 3,5 Kilowatt-Full-Land. coolest. richtig. 秒 hoch 3333 zentriere zentriere ste seasoning motor jetzt sind wir 8 10 6 16 6 4 gefangen 4 4 4 4 4 3 7 4 4 4 4 4 5 6 4 4 5 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 und jetzt weiter links Mike und jetzt fährt er jetzt hin Ah, da hast du ja gemerkt 15 ist doch falsch, ne? Alter, momentan am GSX aber irgendwie ganz lustig Äh, ja Fahr du rückwärts da rein ich fahr vorwärts da rein, wo du nix dagegen hast und jetzt muss ich mich rechts haben jetzt will ich mich nach links haben, weil da der Knick drin ist Parkrack set und Engines cut off meine Damen und Herren wir sind an unserer endgültigen Parkposition angekommen Parking check jetzt ihre Sicherheitsquote erfolgt im Namen des Cafetäns und des gesamten Bordteams darf ich mich jetzt verabschieden hoffe, bald wieder mit uns fliegen auf Wiedersehen Schocks set Parking break Parking break released Both off is off Set off Set off Are off Set off Set off So, dann schalte ich mal den Fenstermodus um und dann gucken wir uns das Debris zu So Achso, haha Ehh Ehh Stos Set off Set off Set off Set off Und dann Set off 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 Jetray ist da uns doch schon angedockt sehr schön Set off Set off Set off Set off Set off So, ähm Also gehen wir auf den Flugbennen Heey Aja, jetzt war nicht abgeschroven Schöne Musik So Aja, jetzt war nicht abgeschroven Schöne Musik So Ähm Aufsetzen wir mit 231 Fuss, ist okay, nice landing Perfekter Flug, gucken uns die Punkte an We made a very nice landing, 50 Punkte, perfect flight, no problem, survey state Fight passengers, 150 Landet an der Schurter Airport Und habe eine Differenz für nur 52 Sekunden, respect Dann Los Ja, jetzt muss ich den Flug noch reporten, haben meine Fluggesellschaft Und damit ist das Ganze dann auch erledigt Sozusagen schwingen wir nochmal ganz kurz nach draußen Das hier finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich niemals, das war mit 302, A320, da Container reinpassen Aber okay Ja, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen Und wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, Wochenende, was auch immer Und ja, bis zum nächsten Mal Macht's gut, bis dann Tschö Tschö Tschö